Mutter Seelen allein wurde das kleine Kätzchen in einem Gebüsch gefunden. Brigitte Seelen von der Rotenburger Tiernothilfe nahm die Katze auf und taufte sie Mira. Jetzt sucht sie für Mira ein neues Zuhause. Wer Interesse hat, kann sich mit der Tiernothilfe in Verbindung setzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017